so ich hoffe mal diesmal läuft es besser ist gerade eben immer nachher immer ja seine macken springen dagegen ich muss irgendwie anders dagegen bringen kommen kommen schon springer gegen acht geht auch so jetzt müssen wir zu dem weiter überhaupt bis jetzt zum schöner sieht man gar nicht jetzt das ist sehr gut sehr gut muss ich bemerken so eine treppe naja egal bringt uns glaube ich auch nicht weiter dagegen springen spring so hat die gelitten akka vielleicht hervor unterlaufen ich glaube da okay alles klar schön rennen dann zeitlupe anmachen und springen schafft schöne sachen schnell hier was worten fettes gebäude an den fabrik oder hat muss ich hoch die jose schaut so aus also ab an die stange drum dance ach so da muss ich hier ne leute müssen wir uns ja gleich irgendwie von dem dach auf das dach irgendwo in die nähe schwingt schauen hier kommen wir hier auf was zweifel snipe war nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut gar nicht hier sniper postiert er ach scheiße das ging nicht so so atme atme so jetzt lauf ich mal sich nur rüber war eine tür ist das als ich mal fest halte ich fest oder auch nicht klasse so wo ist denn das sniper hin doch macht mir das wieder angst ach toll wie soll ich denn da jetzt wieder rüber kommen ich bin grad sehr verwirrt tut mir leid ich hab keine ahnung wie oder ich hab dringend kommen da bin ich reingegangen und da stieß gerade ich nicht ich bin ganz verwirrt zu verwirrt aber leck mich dass die sich mal festhält boah ich hab kein plan ich sterbe einfach mal ich werde jungen wo ich bin verwirrt gerade ich keinem lassen schon mal naja aber schon vielleicht finden wir es ja gleich hoffe ich doch mal so dann gehen wir nochmal dahin vielleicht finden wir jetzt auch noch einen weg hier kommen wir nicht hin ich habe drauf dann wieder hier rein ey warte läuft erst mal der wand hältst du dich dran fest auch gut auch gut ach komm frau halte ich erst damit geht jetzt verstört mein mickriges wenn wie das hier läuft scharfschutz scharfschutz verdächtige gesüchtet verdächtige gesüchtet bäm wie ist die lage melden sie sich was ist aus wie ist die lage nicht gut wo und hat sie weggelegen nimm f drücken ok yo frau fuck da und meine gott kommt noch mehr so viele weg mich wo so soll ich mal dass alles frei ist sieht aber danach aus wenn da oben rein oder da unten da oben wisst ihr wenn ich immer hinkomme ich versuche mal was genau ich versuche zu sterben ja ich muss einfach mal hier lang rennen und geschafft mark schoner möchte sich bitte im büro des superweiser melden mark schoner bitte der superweiser toll hm ich zeige mir die tos du ich will doch nicht sehen wie der gegner oh ne so einatmen und drin nein lauf na toll ey ey ich hab doch mhm jetzt bin ich in ihm drin mhm für welches mit einem übershotgun kurz iros atmen so so kann ich leider nicht komm hoch komm hoch ich hoffe er ist tot ich hoffe er ist tot nix ich glaube da vorne sieht ihm besser nach mir aus frage ist nur wie komme ich da rein hin weiß ich schon ach Koffer ah ah nix eindringlich in der Nähe der Lademus nix eindringlich eindringlich warte das wäre nicht schlau dahin zu springen deswegen springe ich runter was noch dümmer ah das geht an und aus leck mich doch bischöss auch gut auch gut das ist eine sehr gute methode muss ich euch jemans herz legen geh aus geh aus geh aus ja und spring nicht weit genug auch gut auch gut m schlau boh gut Gut. Nach dem Plan müsste es da drinnen hinter der Förderanlage einen Weg geben. Hinter der Förderanlage? Was ist hier? Nix. Auch gut, auch gut. Hinderte Förderanlage? Okay, das heißt, ich muss das irgendwie anmachen. Aber ich muss da irgendwie irgendwas machen, aber ich will keine Ahnung was. Die alltägliche Sache. Ich sehe keine Gegner, ey. Ich werde mir so auf den Fiss gehen. Frage ist, was bringt mir das? Schnell, bevor sie dich finden, Faith. Was wir finden? Das ist doch nicht, als ich es auf Zeit. Ich werde so scheiße. Ähm. Ja, halt dich nicht fest. Nein, brauchst du nicht rein. Ah, okay. Geht ihr vielleicht mal ran? Hier gab es vorhin einen Eindruck. Und ihr Typen, lasst ihr bauen. Nenn es allen Gründen. Ha, das ist wohl ein Milz. Wollt Klopp ja nicht, dass ich das verschweige. Aber höre. Oh, jetzt sind wir hier. Oh. Ah, jetzt laufen die Dinger am Sauber. Jetzt können wir ja da durch. Ey, Fahrbahn, es läuft doch. Da kommt ein Gegner oder was? Ah, meine Nase kratzen. So. Ich da auch. Egal, ich die einfach da auch. Müsste gleich unter dir sein. Oh. Ist da oben was? Nö. So. Oh, schön. Jetzt haben wir das Ganze nach unten, oder was? Ne, immer noch nicht ganz unten. Ne, ziemlich tiefe Angelegenheit. So, jetzt bin ich ganz unten. Die Frage ist nur, wo, 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 wohin muss ich? Ah, immer diese Rätsel, wohin man muss. So. Ah, da. Da steht zwar ein langer Text, aber jetzt den zu lesen will ich. Ah, da ist ein Knopf. Was bin ich denn jetzt hier? In was für einem Trakt? So. Pfff. Was sehen wir schon, was da los? Ja. 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 Ich muss da hinten. Ah, Aufzug. Fangen wir rum, oder? Und nach oben. Bin ich denn jetzt hier? Ich habe das Nervenzentrum gefunden. Könnte eine Art Trainingsraum sein. Drake. Wofür trainieren Sie sie denn? Also ob es in dieser Stadt noch irgendwas gäbe, was Sie noch nicht verboten oder besteuert haben? Was bleibt denn noch, hä? Hier. Merk. Hol deine Waffe. Du weißt doch, dass ich sie immer bei mir habe. Wieso? Dieses... Dieses Training-Merk. Dieses Projekt Icarus. Pirandello Kruger. Sie unterstützen nicht die Polizei. Sie werden trainiert, um uns zu jagen. Uns, die Runner. Alles okay da oben? Oh, ich bin gerade nur ich. Die Schögel und die beste Verwassungsaufrüstung, die man aus dem Schwarzmarkt bekommt. Was ist der? Der? Der Typ vom Einkaufszentrum. Dieser weiße Anzug. Hab ihn am Decker des Schiffs im Hafen gesehen. Hört schon fest. Du hast genug getan. Im Moment scheitst du mitten in der Höhle des Hürgens zu sein. Also mach, dass du da rauskommst. Der Funk flippt aus. Die Cops haben dich entdeckt. Nichts wie raus. Er flog. Boah. Kann ich rennen? Boah, die Booten, die hier haben, ne? Krank. Irgendwie höre ich Leute, die hinter mir herrennen. Oh, ne, die können ja hinter uns herrennen. Oh, scheiße. Sofort kann ich gar nicht aushalten. Leute, die hinter einem herrennen. Ich bin noch bei solchen Parkour. Oh, scheiße. Ich will gar nicht da hinten gucken, ey. Ich seh da schon bestimmt fünf Leute hinter mir herrennen. Schnell, schnell, schnell. Boah. Boah. Schafft. Jedenfalls von den Typen absauen. Kriegt man ja Panik, wenn die so krass hinter mir herrennen. Puh. Oh, ne. Zu die Tür nehmen. Einfach durch. Ja, rennen wir denn irgendwie hinter mir her. Oh. Vor dir sind Bahngleise. Das könnte ein Weg aus sein. Bahngleisen. Na, sauber. So rangieren. Lass dich mitnehmen. Hallo. Äh, scheiße. Ist er gestorben, oder? Na, fuck. Ich muss doch irgendwo in eine Bahn sprengen. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich muss einfach nur auf die Bahn leise. Bist du an den Schienen? Lass dich mitnehmen. Und... Ja, sauber. Ich werde versuchen, die Infos über Ikarus zu verbreiten. Ich muss die anderen Wanner warnen. Tu das. Ich nehme diesen Kill mal vor. Das ist ja richtig minz. Das ist ja richtig minz. Das ist Popes Mörder. Da draußen können noch mehr Cops sein. Es ist zu riskant, einfach zu Fuß zum Schiff zu gehen. Sie werden dich sehen. Es muss einen Weg geben, heimlich reinzukommen. Oh. Schöne Schiff. Ich muss zu diesem Schiff. Oh, wieder ein Flugzeug. Oh, das ist ja jetzt viel näher. Ja, schnell. Schnell sterben. Ähm. Ne, da runter komme ich nicht. So, einfach hier runter. Kurz umschauen. Vielleicht finde ich hier... Ein... Ding hier. Wie heißt das? Koffer. Ah, da. Ist sogar einer. Cool. Oh. Ah. Mach. Oh. Oh.